Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zum nächsten Intensiv-Live-Training in unser Haus ein. Die Veranstaltung findet am 4. März 2013 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in unseren Räumlichkeiten in Nürnberg statt. Durch das Seminar führt Herr Selko Jokic, der unsere Partner vor Ort bei Gesprächen begleitet und Ihnen viele hilfreiche Tipps zur Beratung des Unternehmers bezüglich der pauschal dotierten Unterstützungskasse geben kann. Weitere Informationen entnehmen Sie bei gefügten Filmbeitrag aus einem vorherigen Seminar. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.